Aufnahme startet hallo und herzlich willkommen bei Dead Space und bei ähm Dead Island Dead Island, ah ich f- Falsches Spiel Ja ich hab die Bierhunde geworfen Arsch Danke Tschuldigung Oh Leute, ich scholl euch Nein, ist zu spät Sorry Grappi, ähm, ich hab gerade eben meine Maus gesäufert, da ist Das ist passiert Ich will in der Folgen anfangen Das Putz ist gut Entschuldigung Ja, komm, scheiß drauf Ja, ich will die Dings holen Die Inhalatoren Dann mach das mal, ich wechsle nochmal die Quest Ein letzter Atemzug Also gehen wir erst zu dem da unten oder zu dem da oben? Ja wurscht Ja gut, von mir aus können wir Genischt Was nehmen wir denn jetzt, äh, ein letzter Ding? Ja, Atemzug Oh Was ist? Ich hab grad nochmal ein, äh, Achievement gekriegt Ja, dann geh mal nach oben Und was? Ja Irgendwas wegen dem Gesellschafter Einer wie, zurück Da brennt jemand Aber doch das nicht Ich wende mich immer gern in andere Richtung Ne, äh, Navi ist irgendwie so, keine Ahnung Fuck bei mir rum Ja, es gibt zwei Punkte Ja, einer oben, einer unten Ja, oder so Das kann auch sein Das kann auch sein Ich bin wieder tot Was ist denn hier los jetzt? Da waren vier Leute, also wundere dich nicht Komm sofort Treib ich mal einer, bitte Danke Sehr freundlich Da waren vier Zombies, also Ähm Das sind noch mehr Das sind noch mehr Hallo Zombies Ach da Ach da Ach da Hey, wie seid ihr da durch? Achso, ja Auf dem Bus Das ist doch nur ein Geher Oh Ach, der war vergiftet, ne? Ah, okay Oh Ah Oh, ich bin aufgestiegen Seh ich grad Wend, ich hau den mal um Oh, Medikit Mach doch Sinn Mach doch Sinn, weil ich die ganze Zeit diesem scheiß Stromdings drin gestanden hab Ach, also für wie der ein Aufstieg? Ja Ja, wahrscheinlich jetzt wegen den Herausforderungen grad Mhm So, tschüss Bleib liegen Stirb Wir kommen jetzt noch mehr Auch Also jetzt mal schnell noch den Aufstieg machen Okay So Hallo Hallo Weil die ein Treffen ziehen, die wird halt auch noch mal viel Schaden ab, ne? Ja Ja, hier sind wir aber irgendwie vorbeigelaufen Hm? Ja, wir sind schon ewig vorbeigelaufen Ich frage mich überhaupt, warum wir in den Bus eingestiegen sind Ja, alles gut Wir hätten nicht mehr in den Bus einsteigen müssen Was? Das stimmt So, hier müssen wir runter Ja, da kommen wir aber nicht durch Oh Mann, warum laufe ich eigentlich immer in die Fallste Richtung Nein, geradeaus Prüll Ah Ein ermüdender Nagelhammer Ich frage mich mal nach oben oder nach unten Nach unten Nach unten Jetzt kommen wir nämlich, guck mal, da vorne ist der andere Punkt Da ist wieder Ja Da ist die Halle und das wäre dann hier, wo ich am Anfang gehen wollte Heute sagt Bescheid, ob du mich brauchst Na, hier oben ist nix Okay Da liegt Da liegt Ah, der ist, glaub ich, mehr oder weniger tot Die sind alle mehr oder weniger tot Oh, oh, jetzt hat mich einer gesehen Jetzt bin ich so gut wie tot Komm noch einer, hinter dir Ja, das waren die, wo wir aber schon drin waren Ja, das waren die, wo wir aber schon drin waren Haben die jetzt hier nochmal neues Insulin reingemacht, oder? Gut Vielleicht in dem Regal da Ne, Kühlschrank Insulin ist immer im Kühlschrank, müsst ihr wissen Nein, das liegt hier vorne Ja Wir holen im Übrigen den Asthma-Inhalator Ach, der stimmt Ja Ähm Ich mach grad bei den Aufstieg Hier ist ja relativ ruhig grad Haben wir jetzt den Asthma-Inhalator? Ja Ja, ich hab ihn aufgehoben Dann lass uns direkt, dann Wechseln wir direkt die Quest auf, ähm Ja, wir möchten den zweiten auch noch holen Haben wir überhaupt zwei? Ja Ja, die sagte, jeden mit so viel wie möglich Ach, ich hab noch Aufstieg Achso Ja, jetzt hat jemand gecheatet So Ich mein Schau doch einfach mal bei die Spieler Exploriert Einer Du bist, du bist Level 25 Äh, wie ich Ja Ja Einer dein Einsatz Ah nee, wir sollen das jetzt glaub ich schon abgeben Ach, der Peacemaker ist schon lange der War der Fleisch, 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 Fleisch Ich muss die Viecher schon lange nicht mehr angreifen Oh mein Gott, du hast einen gefunden Also gibst du das jetzt schon ab? Ja Ja Ich hab jetzt schon die Quest hing, dass ich es abgeben soll Achso, jetzt Das war's Das war nur eine Ich glaub wir haben nur eine holen müssen Wir hätten zwei Möglichkeiten gehabt Genau So Deswegen jetzt bitte alle mal auf Wieder zurücklaufen Ja, ich will jetzt noch ganz Ja, ich will jetzt noch ganz Ja, erstmal müssen wir zu ihr hin, weil das gibt 700 Cash Naja Ach stimmt, das hab ich noch gar nicht abgeholt Was war jetzt das nächste? 953 Quests, äh, mit einem Bein im Grab Ach, jetzt ist... Ah ne, das ist mit dem Sattelintelefon Ich dachte grad Äh, so, Cash, Cash, Cash Äh, mit einem wieder So Ja okay, das ist ja auch da Dann reparieren wir noch schnell Ach doch, das ist ja jetzt das andere Insulin Ach ja, reparieren Das vorhin war Asthma und Insulin ist das unter anderem Ja Ach so Ja Das ist ein Kühlschrank Nur weil wir, weil beides Drogen sind, heißt das nicht, dass es einer dasselbe ist Doch Insulin ist keine Droge Ach, alles ist eine Droge Doch 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 Ja, es geht halt davon ab, dass du sagst, ein bestimmtes Lebensmittel, wenn du sagst, du isst nur noch Chips, dann ist es irgendwann halt auch wie eine Droge zu Hand haben, oh Explore die jetzt Entsucht bitte Hey Ähm, jetzt müssen wir da Huch Ich hab hier Insulin Sehr schön Energydrinks Snack Snack Dann kommt aber direkt wieder zurück, ne? Ja Eigentlich soll ich PiS jetzt alles selbst spielen lassen So, das war aber sehr weit, ne? Ach schade Soll wir direkt da lang gehen können Ich hab ja gucken, ob ich über die Mauer springen kann Bitte dich aber nicht Also ich bin hier gerade in leichter Bedrängnis Ach so, ja ich komm dann drauf Dann gebt ihr mal ab Weil kein Mensch reagiert, hab ich mir selbst geholfen Wem muss man das abgeben? Ja, das weiß ich gar nicht Ne Ich würde hier warten Weil du hast das Insulin Ja Ich mein, ich kämpfe um mein Leben wegen irgendwie 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 Ich darf, ich darf PC nicht blind folgen Boah, das ist selbstmörder Fuck Ja, gerade so Ihr könntet, ihr könntet einfach mal warten, bis ich irgendwie mal in der Nähe wieder bin, oder? Du hast doch in der Nähe, du bist wieder weggelaufen Nein, ich würde überhaupt nicht weggelaufen Du standest hier Nein, ich stand hier überhaupt nicht Oh je Guck dir das Video nachher an, wenn du willst Ich stand hier unten überhaupt nicht Ich war oben und hab gegen Zombies gekämpft Ja PC? Hm? Was denn? Was denn? Insulin? Das müssen wir doch da unten, das müssen wir zur Kirche bringen, oder? Ja, das müssen wir natürlich auch bringen Ja, sollen wir da das zweite auch mitnehmen? Ich guck mir mal grad die Quest an So, besorge Insulin für Dian Da steht nur drin, wir müssen Insulin besorgen, wie viel nicht Also es scheint zu reichen Ja Dann machen wir mal Obwohl der Quest-Pfeil jetzt eigentlich auch nur grad hier um die Ecke wieder zeigt Ach, hier ist wahrscheinlich auch wieder Insulin drin Ja, das sehen wir so Wieder mehrere Möglichkeiten Dann gehen wir mal die nächste Quest Ja, wir können das Bild auch mal finden Ach, das ist ja, ist glaub ich eh so ne Sammel-Quest, wenn mich nie alles täuscht Ja, dann holen wir doch das Bild vom Mädchen ab Das ist ja auch auf dem Weg dahin Ist das auch hier? Ich lauf da gerade hin Wo denn Bo? Das ist was für PC Also ich hab irgendwie das Gefühl, es gibt nie was, was für mich ist Ja doch, du kannst die ganzen Spitzen noch mehr aufwerfen Du kannst quasi alles nehmen Ja, eben Ja, deswegen Das ist was speziell für mich ist Das ist doch der schöne Porter, wenn man alles nehmen kann Na, ich denke hier ist wieder Party auf dem Markt Geht Nö, doch nicht Nö 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 Voll die Enttäuschung Äh, wartet auf mich Verdammt, mein Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Magaziner drauf auf den verballert Dann waren wir hier doch noch nicht Niedrig Stufe 3 Küchenmesser liegt da Ja, komm mit Oh, ich hab ein Baitboy Oh geil Will ich das haben? Ja Üps, dreckige Pistole Hier ist ein Familien-Dings Wenn das noch abgegradet ist Nice Okay, ich hab das Ding eingesammelt Da ist doch noch was Ein Ausweis Hä? Direkt hier auf dem Ding drauf Ach, da sehe ich Ach, da sehe ich Wahrscheinlich irgendwas anderes dafür aufgenommen Wo ist denn der Ausweis? Da Direkt neben dem, auf dem Ding drauf Hier, auf dem Der Matratze? Nein, auf dem Schiff Ach, da, ja Ich hab den Wald vor lauter Bäumen gestimmt Ja, ja Ja, vor allem die Snacks sehen ja auch irgendwie jetzt so aus wie so ein Ausweis, wenn du von unten drauf guckst Ja Von daher Hier liegt noch ein Küchenmesser rum Und eine Kasse Okay Oh oh Kommen wir wieder zurück Jupp Alalalalalala Da waren nicht bestimmt so 50 Zombies Äh, Quatsch Da hinten sind zwei Ja, davon ist ein Zombie, glaub ich, angeschossen Ich bin schon wieder hier Hier wär noch ein Tauchermesser drin Ja Ach, da soll sich jemand anderes mal mitnehmen Ich kann eh nicht so viel mit mir tragen Ah, ich kann das gar nicht ab, dass die ganze Zeit die Geräusche kommen Doch Wat? Deine böse Sichel, oh Wo? Hier, aber schwach Mach dem wie 100 oder so Bei mir 351 plus 52 Na gut dann Hm Ach komm, kann man auch So ne, hier haben wir schon alles Wie dich geht's kann man nie genug haben Wie dich geht's kann man nie genug haben Ja Ich hab vier mittlere und Ein großes Gut Gut, dann warte ich mal grad Äh, gewöhnliche Fleisch, äh, was ist, Streitkolben Ich bin im Moment meinen Waffen eigentlich ganz zufrieden Ich benutze die ja eh kaum Ich benutze die ja eh kaum Mhm Besser geht immer Ja Alle da? Ja Ja, Moment Achso, sorry Achso, sorry Ja, okay Ja, okay Ja, hat nur gesagt, so bleibt Ist schon Blut Also Welche Quest ist als nächstes dran? Holzknüppel Ähm Blutspande Mist sein, weil das andere ist ja das mit dem Inseln Wie Ja, der, der, äh, Betäubungsschlag ist was für mich Ist nett Aber ich hab die ganzen Sachen noch, ne Also die ganzen Waffen hab ich noch nicht Wie gesagt immer als Außenseiter, wenn, äh, wenn man nichts eigenes hat Hm Ähm Hm Ja, wir können nicht das mit dem, mit dem, wo ist denn das? Ich guck mal auf der Karte Also das ist irgendwie nicht hier Da oben ist noch Alisha, äh, Jakobs Ja, die hab ich vorhin schon gesagt Ja, die hab ich vorhin schon gesagt Wir hatten auch da hinten, hatten wir noch einen Questgeber Äh, da Ja, die haben auch viel standout Ja, ne der Kirche Ja Ah, ah Ja, nicht wirklich in der Nähe so guck wir haben auch ziemlich viele quests bei der kirche jetzt die wir abgeben müssen glaube ich wir haben ja ich schon gut erkundet also zumindest dieses obere teil hier oben gelaufen also sollen wir jetzt letzte chance nehmen dass ich medu und dinge dafür entscheiden wir gucken doch einfach alle durch wo die es kann ich das kann ich leider nicht unterscheiden weil bevor ich überhaupt was sagen kann habt ihr euch schon entschieden und seid schon auf halbem weg dahin ja gut ihr seid schon am ziel wenn ich losgehe würde gerne eine stimme aus dem es ist eigentlich relativ egal das stimmt ja ich habe auch die ganze zeit draußen gewartet also ja oder vorne brennt jemand ich gehe nicht weiter ach jetzt hat er angst ja der charakter ist eh noch nicht schwach hallo ich bin frauen ich bin schwarz wenn ich wenn ich zurückwerf das macht keinen schaden und ich habe mich entweder so drastisch verskillt da der brennen der kommt näher ja du hast am anfang hättest du halt sag du hast halt gar nichts in kampf gemacht das war der fehler ja hier hinten kommen im übrigen immer noch zombies nur falls interessiert gut dass ihr siehst da ihr seid schon wieder elendig weit weiter du warst doch gerade hinter uns also da und da waren zombies ich kann leider nicht mit so ein bisschen rücken weitergehen dann war schon uh... ja ich habe sie gerade bekämpft das sieht's gruselig aus wegen woher die snacks hier ja aber hier gibt es eigentlich reichlich snacks für alle ja ich frisch die eh gerade alle auf ja ich hungrer wenig helft es war ein doppel hast du ja du hast aber keine 130 xp dafür gekriegt oder ne jetzt schon da ok jetzt kann ich mal eins kommen wie wir kämpfen helme und waffen leute ich habe mich schon mit einem kombiniert ansehen sorry wenn drei leute auf einem haufen sind eine alleine auch an die ja ich habe gegen den einen gekämpft was macht ihr steht erstmal rum geht zu den nächsten und lockt die nächsten an was soll ich denn dagegen tun soll man jetzt alle auf einen drauf knüpfen oder was also ich sterb an dem einen halt fast weil wie gesagt der charakter ist nicht wirklich staut ich muss einfach beide dabei drehen jawoll vorsicht du bist auch direkt tot perfekt ja ich hab das mit dem spiel nicht drauf ich hab den anfang des spiels als werfer verbracht ich hab keine ahnung was ich machen muss um da wirklich zu überleben ich bin bei euch bleib mal stehen bleib mal stehen angenommen du bist der zombie jetzt dann haust du so gehst du um den hier rum und schlägst einfach drauf einfach um den im kreis gehen ja mir geht die ausdauer bei zwei schlägen hinter euch hab ihn ach ja ach ja ach so ich hab grad aufsteht ganz kurz was ich da ja ja dann mach grad ähm was wollte ich denn machen ich brauche nicht zu trinken die ganzen früchte gegessen was liegt hier okay was liegt hier ja dann hol mal das jetzt ach so hey wo geht denn hin ich war in der türkischen suchen aber hab keinen gefunden ja dann hol mal das jetzt ja mal ja mal gut dass ich nicht gleich zufragen mit diesen Scheiß Messern kann man eh nichts zu sagen Alter wieso steck dir mal die Waffe weg meine Herren so dann geh mal zurück richtig weg ich kotze mich auch immer am meisten an ich muss dann immer alles auswächst ja hab ich auch immer die Fäuste in der Hand weißt du also die Fäuste in der Hand ist auch gut aber wenn du die Fäuste in der Hand hast dann ist doch alles gut aber ich weiß was du meinst man hat dann plötzlich irgendwie Oh jetzt sehen die die mit Masken ja wo seid ihr muss mein Inventar immer sortieren wenn ich jetzt hier was werfe ach die Leute liegt ja auch schon ja geil Morgenstern hab ich genommen war ein schwacher also ne mein Gott wie sagt ich hab im Moment eigentlich dachte nur wenn es keiner haben will ja mir ist es eh egal ich nehm das Zeug gleich eh nur weil ich nicht weil ich zu nichts besser zu gebrauchen bin grad weil mit dem Helfer ich hab kann ich mich mit dem Zombie eh nicht kugeln werfen bringt sowas von gar nichts mehr wow das ist ein Selbstmörder ja ich selbstmörder hau mal drauf ich bin tot was echt schon tot? na ist schon erledigt ihihihihihit werkbank das ist er auch aber dann kann ich gleich noch barrieren tisch Aaaaaaaaaah! Ich glaub erst mit dem nächsten Level kann ich auch auf Leute treten. Das ist so. Ja, macht trotzdem nichts. Die muss mir ja erst zu Fall bringen. Das kann ich ja machen. Ich kann ja durch rennen. Ich kann ja auch dann... Ich kann ja mehrere auf einmal. nö ist doch wie sein skill da mal drauf und dann kann ich einmal durchrennen da kannst du dann hinter mir die leute weg springen ja das ist so ein vergifteter abschießen und die brennen vorsicht und der ax geht schon wesentlich besser wer mag dich euch war hier sind dhl postwagen genau etl wir sind schon über der zeit sehe ich gerade die uhr gucken 5 minuten ja gut dann haben wir an der stelle stopp und dann nächste folge geben dann was haben wir hier als quest die stimme mit dem himmel mit dem satelliten telefon alles klar dann danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal